Hallo und Willkommen! Auf dem Kanal DAZN2HD können Sie das Spiel live verfolgen des 4 Spieltags der Bundesliga. Bayer 04 Leverkusen, VfL Wolfsburg. Diesen Sonntag 22 September 2024 um 15 Uhr 30 Minuten. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!